Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Randalls Monday und ja, er ist nicht mehr bei bester Laune, scheint mir. Gut, wir wollten hier zur Frontleihe gehen, nicht wahr? So, hallo, na? Und, was geht? Hat sich hier irgendwas verändert? Müll? Mel? Die Uhr ist immer noch so... Ach, guck mal, die Uhr ist so geblieben. Standfuß, Gasflasche, ja. Okay, Mel. Oh, achso, mit dem Ringen. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe, denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Bist dann mal geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Hm, okay. Kann ich mir die Ringe mal ansehen? Ja. Ja. Oh, ich hoffe doch, er hat ihn noch. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Ups, was? Du erkennst mich hier. Ich denke, wir wären Freunde. Was? Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Hm, okay. Ich brauche diesen Ring dringend. Was kostet eine Dose... Nee, wieso? Was? Warum können wir nach Mercury Cola fragen? Ich tue es einfach mal. Was kostet eine Dose Mercury Cola? Fünf Riesen. Was? Fünf Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Dost wie dieser. Ich hab mal damals 98 Jahre eine probiert, denn alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh. Hab ich mein interessiert Gesicht gemacht? Hm. Muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und er war voll mit dem Zeug. Ich hab mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich hab's schon seitdem nicht gesehen. Aber genug davon. Bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkwürisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Okay. Also gut. Ja, das war ein netter Ausflug, aber okay. Bitte, ich brauch diesen Ring dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil? Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Hm? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Nein, aber den hatte ich nicht von dir. Den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit zwei Zwerge in einem Kostüm war. Ähm, und? Ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring. Ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Habe ihn heute Morgen verkauft. Was? Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Oh, verdammt. Heute Morgen? Kannst du mir jetzt sagen, wer ihn gekauft hat? Ich gebe das, wenn du den Ring wieder beschaffst. Ich komme hier in den Ring, ich komme schon, es geht um Lebenszeit. Okay, wer ihn gekauft hat. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Nein, dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Unternehmen? Hier sieht es aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wäre es, wenn ich mal zu dir nach Haus komme und dir erzähle, was für einen Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben. Diskretion. Basta. Tja, das war es dann für mich. Hm, wie komme ich an den Ring ran? Ich gebe dir alles Geld ab. Ja, es geht um Leben und Tod. Wie komme ich an den Ring ran? Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sage das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding hier? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Hm, da hat er schon einen Punkt. Aber warum können wir immer weiterfragen? Äh, wieso? Ich meine, ähm, okay, na gut. Oh, komm schon. Es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay. Such den Tier aus und ich überlege mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotische Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich hab hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen. Nerds, die versuchen, ihre Comic-Sammlungen zu retten. Sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay. Ich lass mir was einfallen. Hm. Und dieses, äh, was einfallen lassen, bedeutet ohne Zweifel, was? Okay, das bedeutet, also wir müssen Zugriff auf das Notizbuch bekommen. So einfach reingucken lassen, wird er mich wahrscheinlich nicht, ne? Naja, okay. Graffel, 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 Dieb, Graffel. Lass mal gucken. Wieso kann ich das da, den Standfuß, was? Kann ich den mitnehmen? Kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Ach, das geht aber. Okay. Was ist denn mit dem Standfuß? Ja. Uh. Idee. Entschuldigt mich bitte. Es wird mir ein wenig zu laut da drin. Ähm, Idee. Wir haben jetzt... Warum? Das ist jetzt aber Ancandy. Ich würde gerne Wasser holen. Ach, ist das so eine Geschichte mit... Äh, geht nicht. Das wäre blöd. So. Ähm. Okay. Und wenn wir jetzt nochmal da hin zurückgehen... Okay. Das wäre blöd. Weil ich schätze mal, wir müssen irgendwie an das Wasser kommen, ne? Kann das sein? Das wäre unklug, da nochmal reinzugehen. Das ist echt doof. Hm. Tja. Und jetzt? Hm. Was machen wir denn jetzt? Na gut. Gehen wir erstmal wieder... Halt. Warte mal. Kann ich hier am Hydrantenwasser zapfen? Augenblick mal. Ich probiere es mal aus. So. So. Ja, war nur so eine Idee. Können wir die Zitrone da schon mal reinpacken? Alter. Wie bist denn du drauf? Hallo? Das Würstchen und Klebstoff... Klebstoff vielleicht. Damit können wir irgendwie so eine Art Stinkbombe herstellen. Aber das ist keine Ahnung. Okay. Gut. Ähm. Ja. Na denn. Gut. Also hier können wir im Moment nichts machen. Mads Wohnung. Ja. Was ist denn mit... Äh. Mit... Der Kneipe. Klar. Wieso nicht? Manchmal kann ein einzelner Gegenstand mehrfach mit verschiedenen Objekten kombiniert werden. So, so. Also wie im richtigen Leben, meinst du? Hm. Interessant. Habe ich noch nie probiert. Okay. Da sind wir. Juhu. Das kennen wir doch noch. Okay. So. Kiste. Erstmal gucken. Ah. Jetzt rennen wir hin. Die Kiste, da kommt mir bekannt vor. Hm. Warum? Kannst du sie durchwühlen? Was? Warum? Was? Okay. Hier können wir uns verstecken, wenn es brenzlig wird. Interessant. Gut. Seitenstraße. Bevor wir da reingehen. Okay. Hahaha. Kommt dir das bekannt vor? Pfütze. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Ja, warte mal. Können wir hier denn die Flasche auffüllen? Das geht nicht. Die Pfütze ist nicht tief genug. Oh, schade. War nur so eine Idee. Guck mal in den Müllcontainer. Müllcontainer. Scheiße. Wie das hier stinkt. Hm. Ich wühle nicht im Müll rum. Jedenfalls nicht mehr. Mhm. Okay. Dann lass mal gucken. Da sind noch mehr Mülleimer, Bananenschale. Oh, die nehmen wir mit. Fass ich nicht an. Warum nicht? Haben wir noch irgendwie was zum Anfassen? Anfassen? Die Zeitung zum Beispiel? Äh. Nein. War nur so ein Gedanke. Ich improvisiere hier, okay? Metro-Card. Fettiges Papier. Besser? Ey, da meint du alles dreckig. Ey. Was willst du denn noch mehr dreckig machen? Alter. Nee. Die fass ich lieber nicht an. Okay. Gut. Hier könnten wir auch in die Bar hineinkommen. Aber ich würd's gerne erstmal auf der... Ja, warte. Geht das? Doch, jetzt geht's. Okay, ich würd's erstmal hier probieren. Da. Jo, alles klar. Wir sind drin. Na schön. Ein alter Billiardtisch. Nicht jetzt. Okay. Pater Roy, bist du hier eingeschlafen? Moin. Hey, was geht, Padre? Aha. Mann, kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billiardturnier in die Falle gegangen sind? Oh. Na los, Pater. Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Hm. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Nicht der gesprächige Typ. Hey, wissen Sie noch, das Spiel gegen Linkins Geist? Äh. Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuza an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Hä? Okay. Ähm, wirklich nicht der gesprächige Typ, ne? Einige der letzten Tage, das finde ich Ihre Augenfarbe heraus. Hey, vielleicht ist er blind. Das ist voll gemein. Äh. Hat hier Stefan... Okay. Pooltische sind auch nicht mehr, was Sie mal waren, hm? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Äh. Oh, das Holz. Davon will ich jetzt gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Haarhorn? Jämmerlich. Hey. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Okay. Mach da. Ahorn ist nicht... Hallo, Ahorn ist voll schön. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Hm. Blau? Sie sind blau, oder? Hm. Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie... Hm. Moment, nein, nein. Das macht keinen Sinn. Okay. Sie wollen nicht über Ihre Augen reden. Schon verstanden. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Äh. Okay. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage, oder? Ignorieren Sie mich einfach. Der ist vielleicht stumm. Hm, Moment. Ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. Eightbots, Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur drei Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Köes benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Sie den Sieg mit einem daikirisierten Royal Mai Tai Eistee gefeiert haben. Und soweit ich mich erinnere, hat es Ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Äh. Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daikirisierten Royal Mai Tai Eistee. Das ist ein Ja, oder? Ha! Sie, alter Fuchs, Sie! Okay. Okay, ich besorge ihn ein, so schnell ich kann. Ja, laufen Sie nicht weg! Bah! Okay, alles klar. Puh! Ja, ähm, Schüssel mit Maisresten. Muss ich das nehmen? Klar, warum nicht? Okay, so. Warte mal, sie sieht ja ganz anders aus. Äh, sie hat immer noch diesen verzweifelten Gesichtsausdruck, aber immerhin hat sie Zähne. Also, alle Toiletten. Ah, diesmal funktioniert es. Okay, allett, klar, Urinal. Guck mal. Bleh! Okay. Oh, war nur so eine Idee. Irgendwas Interessantes hier. Hm. Ich möchte hier auch nur gucken. Vielleicht ist das ja etwas Interessantes. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ah. Irgendwas hier dran. Mich hat man auch reingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Was? Wieso? Was? Ähm, okay. Rapture. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Hm. Kondomautomat. Braucht man wohl eine Münze? Eine Münze haben wir ja gerade nicht dabei, ne? Da muss man Münzen reinschmeißen. Jo, allett, klar. Haben wir nicht dabei. Lassen wir mal gucken. Okay. Ja, lieber wieder raus. Okay, alles klar. Du hör mal Elaine. Hi. Wie läuft das Geschäft, Elaine? Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Ja, okay. Hast du mehr Zähne? Das ist... Ey, Alter. Okay, na schön. Hey, irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Oh. Okay. Ja, gerne. Kann ich einen daikarisierten Royal Mai Tai Ice Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich hab keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den handig zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach. Wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Der ist für Pater Roy. Genau. Einen ganz trockenen Hals, also kein Alkohol. Ich weiß gar nicht, was ihr wolltet bis dann. Nicht für mich. Der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat von vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Oh, sie macht tatsächlich einen? Cool. Okay. Okay. Hier ist dein Cocktail. Und sagt Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Scheint funktioniert zu haben. Brauchen wir von dir noch was? Mach's gut. Ciao. Da könnten wir rausgehen, aber naja, warte mal. Halt. Warum müssen wir das Schminketui dort ansehen? Darf ich das mal haben? Mit Gegenständen reden ist nicht so meins. Da komm ich nicht ran. Außerdem steht ihr Lähn direkt daneben. Hm. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Probieren wir mal, ob wir den Pater hier irgendwie aus der Deckung holen können, ha? Cocktail. Yeah. Okay, Pater. Hier ist ein echter daikirisierter Royal Mai Tai Ice Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Was? Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hm. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt. Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hm? Hätte es wissen müssen, Pater Roy macht nur den starken Stoff. Okay, ich schaue, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Okay. Können wir den wieder mitnehmen? Er gehört jetzt dem guten Pater. Den nehme ich ihm nicht weg. Ha. Okay. Na gut. Probieren wir mal, ob wir ihn mal stärker ausbesorgen können. Elaine, Schätzchen. Hast du keine alkoholfreien... Ich weiß... Was? Oh, geht so nicht. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu. Und schätze dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall. Du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Äh, okay, äh, Papaya, Mangoli, Magadu, aber was? Alter, ernsthaft? Okay, versuchen wir mal Papaya. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Mangoli-Kör? Hm, bin neugierig. Okay, müssen wir die jetzt alle durchprobieren? Das wäre, hm. Dachte, der wäre süßer. Ah. Limone? Wie wäre es mit Limone? Lecker. Ist irgendwie wie Limonsaft trinken. Wir müssen tatsächlich alle durchprobieren, ne? Kann das sein? Helene, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Bah, ganz tolle Wahlrente. Oh, boah. Okay, das schneide ich hinterher zusammen. Guave. Helene, gib mal was von dem Kokosnusslikör. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann 380 Dollar. Brrrr, was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sau teuer. Aber ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall, manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Okay, also, ich hab alle durchprobiert. Ähm, was ist er jetzt mit dem Schwenke-Etoe? Da komm ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Wollte sie nicht gerade noch verschwinden? Ich hab jetzt keine Zeit, mich zu entsch... Hm. Was? Ich muss dringend aufs Klo? Jetzt musst du dringend aufs Klo? Okay. Ach so. Ja. Toll. Ganz toll. Verdammt richtig. Ich hab mir nicht die Hände gewaschen, um. Boah. Okay, sie schmerzt sich. Das ist großartig. Okay. Hi, Lane. Hm. Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Elaine auf der Tasse. Boah, Rano. Weiß schon, was er überfahren. Wieso ist der blöde Dekore? Keine Ahnung, was ich mache. Ciao. Äh. Nett wärst du brauchst kein Make-up. Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja, das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du, eigentlich... Äh. Egal. Hm. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burrano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach, komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das hab ich nicht verstanden, glaub ich. Egal. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ach, schade. Schade, schade, schade. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich... Nee, Dekore... Ich sagte dir doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up abzutragen. Oh, Randall, du warst so nett und jetzt fängst du plötzlich wieder an, Witze zu machen. Also zunächst mal, das war kein Witz. Und zweitens, ich war nie nett zu dir. Nicht ein einziges Mal. Das bildest du dir nur ein. Genauso wie du dir einbildest, dass alle deine Marke mit Make-up zu überdecken sind. Okay, das reicht. Lass mich allein, Randall, bitte. Tut mir leid. Das war nur ein Scherz. Haha, ich wusste es doch. Du liebst mich, Randall Hicks. Und das weißt du auch. Äh, ja. Wenn dich das glücklich macht und ich weiter Tiere mit in die Bar bringen darf, dann gewinnen wir alle. Na sicher. Moment, was? Tiere, Elaine. Tauben, Koalas, scheiße werfende Affen, das Übliche. Und natürlich Matt. Das giftigste, tödlichste Tier der Welt. Randall, ach egal. Ich würde sie gerne dazu bringen, dass sie nach oben geht und die Toilette sauber macht, damit wir an die Schminke rankommen. Keine Ahnung, wozu ich die haben will, aber... Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar umlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mache die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und einem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott. Hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Okay. Äh. Okay. Roger. Hm. Na gut. Machen wir mal. So. Okay. Aber irgendwas müssen wir doch mit dem Pater noch veranstalten können. Wieso haben wir dem jetzt also den... Warte, halt. Hat er eben die Spielkugel? Spielkugel? Kannst du mitnehmen? Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Oh, okay. Wir brauchen also die Kugel. Hm. Können wir eben etwas in den Cocktail mischen? Wie zum Beispiel... Hm. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Eine gammelte Zitrone, versteht sich. Aha. Okay. Verbesserte Cocktail. Noch mehr? Tja. Ähm. Tja. Boah. Oh. Rostige Rasierklinge. Klar. Wieso nicht? Okay. So. Haben wir noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Hm. Wie zum Beispiel... Den Klebstoff? Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Du meinst, Klebstoff ist nicht gut? Trinkt niemals Klebstoff. Niemals. So. Es ist erwiesen, dass Polyanid Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Okay. Fast fertig. Fast fertig. Noch was? Was denn noch? Okay. Was denn noch? Äh. Und die Reste vom Toonfish-Sent. Jetzt spielst du nicht. Okay. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Okay. Haben wir denn noch irgendwas mit Maisresten? Keine Ahnung. Nein. Gut. Was noch? Äh. Fertiges Papier. Ja. Wieso nicht? Hotdog? Nö. Hammer auch nicht. Oh. Boah. Wieso nicht? Ich sollte nur... Okay. Hey, da fehlt wohl tatsächlich noch was. Gut. Dann bringen wir doch mal... Bringen wir doch mal den Müll raus, hm? Kommen wir hier raus? Jo. Okay. So. Na schön. Also, den Müll in den Müllcontainer. Ja. Oh. Hey. Hey. Heilige Scheiße, du blöder Penner. Hätte mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Gees. Das zählt nicht mehr als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon. Die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Oh je, ich fürchte, dass wir heute wieder Überlänge haben. Ui, neue Gasse. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah ja. Um eine Kleinigkeit. Okay. Ich weiß nicht, ob das genauer wissen will. Was hast du dahin gemacht? Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will. Aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose. Also vergiss es. Okay. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche hier schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir. Ich reiße mir den Arsch auf, um ihn wieder zu bekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Es ist der eine. Äh, ich bin gerade irgendwie in Eiler, also mach's gut. Okay, bis dann. Äh, gut. Okay, können wir hier noch mehr machen? Äh, ja, nein. Okay, alles klar. Wir gehen gleich mal wieder rein. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bin schon wieder drüber. Entschuldigung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.